sie hat einander waffe ganz ehrlich hannah ist das eventuell die zwölf hat man aber vorhin schon mal den namen da kam doch nichts oder hatte ich im fall geschrieben hatte ich im fluss mit einem moment machen die helen war das okay ob ob nie gott schwärme da oben muss habe ich das hinzugefügt dann haben wir was für sechs also sie war also die eine schwester hieß hellen hannah hannah ist die eine schwester und sie ist und dachte es wäre so eine schulfreund oder freundin war das ihre schwester und sie hat versucht ihre schwester damals umzubringen für einen moment weil sie beliebter obwohl sie genauso aussah wahrscheinlich weniger einander klatscht okay natürlich schon ein bisschen mehr aufschluss reich was haben wir als nächstes habe ich das hinzugefügt alter ich habe ich nicht doch habe ich das ist hier das ist ein anderes als nächstes es hat noch gerade flohens und Und? Ich war tot. Aber ich war nicht. Sie hat alles in einem Diagnose gesehen. Es ist unglaublich, was die Leute auf dem Papier vermitteln. Von Hannah. Sie ist Eve. Aber Hannah heute... Hat Eve vielleicht schon immer so eine... Schon im Mutterleib hatte sie den Drang dazu, ihre Schwester zu töten. Wenn sie Eve ist, dann wäre sie etwas umgebracht. Irgendwie so 18 Sekunden. Sie hatte ein gesundes Baby. Ich glaube, sie war einfach so glücklich, dass Florence sich umgebracht hat. Sie hat die Wahrnehmung, dass das alles nur glücklich war. Wer ist jetzt noch mal Florence? Das kommt jetzt schon wieder. Wer ist jetzt noch mal Florence? Das habe ich noch nicht so richtig durchgeblickt. Ich war nicht so richtig. Florence war mir in der Haus. Ich habe mich nicht verlassen. Sie hat mich aus der Zeit. Es war nicht so, dass Leute zu sehen, eine Mädchen mit einem Baby mit einem Baby, mit einer Sprache, mit einer Nippe, mit einer Nippe, das so etwas. Ich habe mich nicht mehr verändert. Ich habe mich auf die Winde. Und sah sie auf die Straße. Ich habe mich auf die Straße gesehen. Ich habe mich auf die Straße gesehen. Sie war mir. Florent ist die Midwife, die bei der Geburt geholfen hat, die der Mutter gesagt hat, dass sie tot wäre. Sie hat sie dann quasi entführt, weil sie entweder scheinbar selber keine Kinder kriegen wollte oder was, und hat sie bei sich rausgezogen. Wurde immer unter Verschluss gehalten. Dann hat sie aus dem Fenster gesehen, und hat sie sich auf der anderen Strasenseite gesehen. Was ja ihre Zwillingsschwistern war. Aha. Okay. Hatte ich das davor mit dazu gefügt? 35. Ne. Zack. Dann haben wir hier eine Minute 24. Florentisch. Florent war eine warm, kinder Person. Aber sie war broken, ich glaube. Wenn ich her Diary habe, ich habe eine Biscuit Tint mit anderen Sachen in es. Older Papers. Letters. That kind of thing. Her story war nicht da. Ich habe nicht wirklich gehört. Ich habe nicht gehört. Ich habe nicht gehört. Ich habe nicht gehört. Ich habe es schon lange, ich habe es geschlossen. Als ich war. Als ich war. Ich habe ein Kind. Sie hat eine große Familie. Aber sie hat eine große Familie. Aber sie hat in den Krieg. Und das war, immer wieder zu Hause. Sie hat nicht gedacht, dass sie wieder einmal wiederfühlt. Es ist nicht so strange, dass sie ein Widow aus ihrer 20s war. Aber ich glaube, es war anders dann. Sie war für Leben, und sie fühlte sich nicht mehr wieder zu sein. Ich glaube, es war harder, eine War Widow. Eine der deaden. Ich weiß nicht, dass es mehr zu sein ist, als das. Ich weiß nicht mehr. Okay, Florence hat sie weggenommen. Sie war verwittert, seit sie 20 war, weil ihr Mann damals im Krieg gestorben ist. Sie wollte nie wieder heiraten oder konnte nie wieder heiraten. Dementsprechend auch keine Kinder bekommen. Deswegen hat sie sie entführt. So, das haben wir alles abgewirtschaftet. Dann haben wir als nächstes E-Flo und Satronale Dollhouse. Gut, da wird wahrscheinlich nichts kommen. Das hatte ich bloß so mal mit eingegeben. Oh doch, da gibt es sogar noch was. Sie hat sie noch mal andere Klamotten an, oder? 25.06. Ja, ich hatte es von meinen Eltern, so dass es mir und Simon wieder zurückgekehrt war. Es war so, wie ich mich zurückgekehrt war. Ich habe mich zurückgekehrt, bevor ich die Pregnanzierung. Es hat mich, als ich eine Mädchen, in der Dothaus in der Atticke. Olden Dinge. Wir haben nicht in meinem Elternsbettemperr für lange Zeit. Da könnten wir vielleicht mal quacken und sehen. Ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben. Sie hat mich aus der Schmerz. Sie hat mich gefragt. Sie hat mich in die Schmerz. Sie hat mich in die Schmerz. Sie hat mich da. Nein, es war alles. Es war ihre Platz. Die Schmerz hat sich in die Schmerz. Die Schmerz hat sich in die Schmerz. Die Schmerz hat sich in die Schmerz mit Simon geflogen. Er hat sich in die Schmerz zu helfen. Er hat sich in die Schmerz und überwärtsgelegt. Er hat sich in die Schmerz zu machen. Und sie hat sich in die Schmerz. Hat sich in die Schmerz. Der Standort ist ein Problem. Okay. Frau, die Gefangelskirche gibt. Gut, da haben wir nichts Neues. Blank, 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 Hannah. Hatten wir das nicht schon? Nee, also zumindest nicht vollständig. Mein Name ist Hannah. H-A-N-N-A-H. Das ist Poundry. Sie schreibt das gleiche nachwärts als vorwärts. Es funktioniert nicht für Merrick, es ist nicht ziemlich symmetrisch. Aber, ich meine, du hast die Idee. Sorry. Hannah Smith, ich lebe auf 31 Gladstone Street. Okay. Sieben Sekunden nur. Mit einem Lügendetektor, offensichtlich. Ja, mein Name ist Hannah Smith. Oh, schade. Sorry. Okay. Hat sie jetzt versucht zu lüten. Es hat einfach nicht geklappt. Blank, 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 Hannah. Blank. Midwife. Gut, das ist ja dann eigentlich die Florence. So viel haben wir ja schon rausbekommen. Da gibt es auch nichts Neues. Prägnancy. Ein was Neues am Rennen. 40 Sekunden. Hannah hat a miscarriage. This was late in the pregnancy and it left her infertile. It felt like the universe had corrected its course. We were aligned again. But, Hannah and Simon were still living with his parents. They were married. Simon had a job at the Glaciers now. Eric had given him a full-time position after he left school. Hannah had a miscarriage. Married, glaube ich, was hatten wir, glaube ich, schon. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Married. Woher gehen wir jetzt hier? Wir haben gerade. Jetzt haben wir ja schon hier. Oha. Fünf was Neues. 27 Sekunden. Oh, no. He was wearing a shirt. A blue turtleneck shirt and jeans. He has a watch. It's a really nice one. That was a gift from his boss, Eric. He had his coat, a long gray duffel coat, like Paddy's in there. He would have taken that with him. It's not in the house. Okay, Eric was the boss of Simon. Das 18.06. Das wird wahrscheinlich fast das erste Interview gewesen sein. Wo sie ihn als vermisst gemeldet hat. Denk ich mal. So, it was Friday evening. We had an argument. He left. On Saturday, he didn't come back. I waited all day. He was supposed to go help Eric out with something on the Saturday afternoon. They had a job. He didn't show. So Eric was ringing on the phone. I checked at the rock. That's our local. They said they'd seen him on the Friday night, but not since. He still wasn't back this morning. It just isn't like him at all. Still not back by dinner time. It's getting dark again. So I decided to continue. His parents haven't heard of him either. Yes, there's a car that we share of Cavalier. And a van he uses for work. It's owned by Eric, but we look after it. Both of them are there now, parked in the street. I'm not sure about the keys for the van. I can look for you when I get back. Okay, nichts Atembeauernes. Yes, that would be in his wallet. It's a Visa. It's a silver one. He doesn't like to spend money he doesn't have. So he usually pays with cash. But Eric convinced him to get one. Eric was like an uncle to him. They were pretty close. They spend a lot of time with each other. Especially when they have to go to conferences. Have you met his wife Diane? Okay, Diane. Okay, Diane. So. Es füllt sich ja langsam hier. Wie viel haben wir eigentlich schon? Mal gucken. Es fehlt noch einiges. Gerade hier im Mittelfeld. Jetzt ist das gelbe, aber auch. Wo ist das das letzte angesehen? Weiß ich nicht. Kann auch sein. Ähm. Okay. Woher hat man sie? Das hat man schon. Blank, blank, blank. Erick hat mir jetzt eingegeben. Misscarriage. Da gibt es nur noch einer. Und Married. Fünf neue. Es ist nur ein Kappelstuf. Eine stupid argument. Nichts specific. No one knows how to push your buttons better than those you're close to. A long time, we got married when I was 17. Okay, ich geb das einfach mal mit ein. When you've been married for 10 years, stuff accumulates, you could argue about anything, but he's so nice, that doesn't help, he tries to smooth things over and that just makes it worse. We're both passive-aggressive, so we never normally argue directly about anything. I got pregnant, both our parents had a big pow-wow, we weren't even in the room, and they decided we should get married. Okay, I'm not sure who it is now. In the interviews, it's a bit... There's still nothing but a tattoo, except for the tattoo, and you can see it in one sequence. So, here we have a part here, we have something in front of us, but we have a rock here. Let's give this one. Two things. Oh, God. I don't know. I mean, I guess the rock. We've spoken to everyone there. Someone must have seen where he went. I don't know. So many things could have gone wrong. Hmm. Nix Neues, wirklich? No. No one has been in the last few weeks. We had a plumber come in three, four weeks ago. Someone summoned you from the rock. Hmm. The rock had we also. Diane. Diane had we not yet. Oh, it's going on. Okay. 14 seconds. Diane is really nice. She helps out with the glaziers, organizes the Christmas party, that sort of thing. They have two kids. Really sweet kids. She used to look out for me when I worked there. It looks like she was hit on the right side. Also, on the left side. It looks a bit like that. Yeah. That's Simon's watch. It was a gift from Eric. He got it this year. It was a wedding on the first weekend. Okay. It would have been Diane who chose it. She has really nice taste. That time. You must eliminate me. I was in Glasgow then. Glasgow? Okay. Is it not yet? Not really. He would go to the pub. He had his drinking buddies there, but no one ever really came back to the house. Sometimes, Eric, his boss, and his wife would come in for dinner. That would be us returning the favour. Diane is a really good cook into her trendy ingredients. And the last time Simon cooked something off MasterChef, he got the recipe off CFAX. And I did my Lloyd Grossman bit, commenting from the sidelines. I had to find fennel from the supermarket. Have you ever eaten fennel? Simon and Eric are arguing? No. I can't imagine they are arguing. They are getting on so well. Unless it was something to do with work. Maybe Simon was being too much of a perfectionist. But I don't know. You should ask Diane. Yeah. I'll give you just a guitar. I'll give you just a guitar. Maybe it will be something else. And what I want to do is tattoo. Have you written it right? I'm not sure. With double T. Ah, then there is something new. No. He doesn't have any tattoos. He has a scar down here near his stomach, past his hip. He cut himself with some glass. That was before a long time ago. He looks just like the photo. He's not got his glasses on here though. He takes them off with the camera. But he needs them to see properly. You know. He has to read a newspaper or a menu in a restaurant. Not booked so much. Or watching TV. Who likes TV?